Bad Säckingen ist eine Kurstadt im Landkreis Walzhut in Baden-Württemberg am Hochrhein etwa 35 km flussaufwärts von Basel gelegen. Geografie Bad Säckingen liegt am Hochrhein, der hier die Grenze zur Schweiz bildet. Die Stadt befindet sich am südlichen Rand des Hotzenwalds, der der südliche Ausläufer des Schwarzwalds ist. Zur Stadt gehört auch ein Teil der Fredolin-Insel im Rhein, deren Territoriumszugehörigkeit lange ungeklärt war. 2013 wurde in einem neuen Staatsvertrag festgelegt, dass sie künftig zu Deutschland gehören soll. Die Stadt Bad Säckingen besteht aus folgenden ehemaligen Gemeinden. Hapolingern mit den Höfen Lochmühle und Rüttehof und den Häusern Holtmatt, Repolingen mit dem Gehöftflut und den Häusern Santihof, Säckingen mit dem Stadtteil Obersäckingen und den Häusern am Bergsee, Wallbach. Geschichte Säckingen gilt traditionell als Gründung eines Allermannennamens Seko. Der Name der Stadt ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Eindeutschung einer römischen Ortsbezeichnung entstanden, eventuell aus dem Namen der 297 N. CHR, gegründeten diokletianischen Provinz Maximassi Kenorum, der im Jahre 354 zum Bündnis mit den Römern genötigte Allermannenstamm der Briska wie unternahm im Frühjahr des Jahres 360 wiederholt Einfälle in das benachbarte Rizien. Der römische Kaiser Julian sah sich daher gezwungen, Truppen zu entsenden, die die feindlichen Einfälle abwehren sollten. Unter der Führung des Gomes Libino gelangten die römischen Truppen nach Säckingen prop opidum sanctio, das damals vermutlich zum Breisgao gehörte. Bereits beim ersten Zusammentreffen mit den Allermannen fiel der römische Feldherr. Im lateinischen Text der Fridolins Vita heißt Säcking Säckinus und Säckinus und urkundlich 1207 auch Säckinia. Säckinus ist als Ortskasus von Säckinia zu deuten, das sprachgeschichtlich problemlos aus Säckwäiniäckjum abgeleitet werden kann. Nach dem Glauben der Kelten offenbarte sich die Göttin der Quellen Heilkunst und Gesundheit im sumpfigen Erdreich der Kochsalztärme Säckingens. Der Verfasser der Fridolins Vita stützte sich auf ein Konzept, das vermutlich bereits im 8. Jahrhundert entstanden war und den vorallermannischen Ortsnamen bevorzugt hatte. Das entstehende Steuerkataster der Franken jedoch konnte auf Säckinger nicht verzichten. In den Dokumenten des 13. Jahrhunderts wurde dann als Zeichen der Gelehrsamkeit der Kelto-römische Ortsname erneut verwendet. 1275 Sigilum Säckinium ist gleich Siegel der Bürger der Stadt Säcknis. Die Stadt Säckingen entstand im Umfeld des gleichnamigen Klosters dessen Gründung dem heiligen Fridolin zugeschrieben wird, die in ihrem Quellenwert als unsicher eingeschätzte heiligen Vita des Fridolin berichtet, dass die Klostergründung unter dem Schutz des Frankenkönigs Klotwig I. stand. Eine derartig frühe Entstehung wird mittlerweile jedoch angezweifelt. Stattdessen wird die Klostergründung für das 7. Jahrhundert angenommen, also während der Regierung Klotwigs II. Das Kloster ist im 9. Jahrhundert in bemerkenswerter Nähe zu den Karolingern bezeugt, als dort zumindest eine Tochter Ludwigs des Deutschen Bertha und die Ehefrau Karls III. namens Richard des Äbtissinnen waren. Auch bestand eine ferne Verbindung zu dem Herrschergeschlecht der Ottonen. Im 10. Jahrhundert war reglend Großmutter Adelheits der Frau Ottos des großen Äbtissen des Klosters Säckingen, als im Jahr 1272 ein Brand große Teile der Stadt zerstört wurde um 1300 mit dem Bau des gotischen Münsters begonnen, das den Namen Fridolins Münster trägt. Nach der Schlacht bei Rheinfelden erhielt der Berner Johann Ludwig von Erlach nach dem baldigen Tod Bernhard von Weimar, das Oberkommando und wurde dessen Nachfolger als Generalmajor in Breisach. Als 1639 Säckingen von 300 kaiserlichen Reitern geplündert wurde, sandte er umgehend Hilfe unter Oberstrosen in die Waldstätte. Bis zu den Friedensverhandlungen 1646 in Münster blieb es in Rheinfelden ruhig. Es sollten die vier Waldstädte im Tausch gegen Breisach an Frankreich fallen. Dieses Vorhaben setzte sich nicht durch. Der Krieg verwüstete noch fast zehn Jahre ganz Deutschland, bis der Westfälische Friede am 24. Oktober 1648 verkündet wurde. Doch alsbald folgte der Französisch-Holländische Krieg von 1672 bis 1679. Der Herzog Karl von Lothringen und Marschallkrieg Wein nahmen in Rheinfelden und auf Schloss Beugenquartier. Es folgten 1688 der Orlinische Krieg und dann der Spanische Erbfolgekrieg. Die Erbtissinnen dieser Epoche mussten jeweils fliehen, die Reliquien und anderes mehr wurden in befreundete Klöster verbracht. 1796 Besetzung der Stadt durch französische Truppen im Französischen Revolutionskrieg 1805 Die Stadt kommt zum Großherzogtum Baden 1806 Auflösung des Stifts Bevor der rechte Rheinarm im Jahre 1830 zugeschüttet wurde, lag die Stadt auf einer Rheininsel und war durch Brücken mit dem Umland verbunden. Heute gibt es zwei Brücken von der deutschen Seite auf die Schweizer Seite. Die Holzbrücke ist mit 203,7 Metern die längste gedeckte Holzbrücke Europas. Die Sengt-Fridolinsch-Brücke für den Kraftfahrzeugverkehr wurde im Jahre 1979 eingeweiht. Auf dieser Brücke steht eine Fridolins-Statue des Schweizer Bildhauers Rolf Brehm. 1973 wurde der Landkreis Säckingen mit dem Kfz-Kennzeichen SEK aufgelöst. Seitdem gehört die Stadt zum Landkreis Walzhut. Am 1. April 1972 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Rippolingen und Wallbach eingemeindet. Hapolingern folgte am 1. Januar 1973 Wappen der ehemaligen Gemeinden Wallbach, Rippoling, Hapolingern. Das Prädikat Bad wurde der Stadt im Jahre 1978 verliehen. 1997 fanden in Bad Säckingen und dem benachbarten Verdi Heimat Tage Baden-Württemberg statt. Im Rahmen des europaweiten Wettbewerbes Atate Florale Europe wurde Bad Säckingen am 19. September 2003 zu einer der fünf schönsten Städte Europas gekürt. Von der internationalen Jury wurden besonders die Lager am Rhein, die herrlichen Parkanlagen, die restaurierten Gebäude, die renaturierten Wasserläufe im Stadtgebiet, die Revitalisierung des Bergseeufers und die nachhaltig gestaltete Innenstadt hervorgehoben. Politik In Bad Säckingen wird der Gemeinderat nach dem Verfahren der unechten Teilarts Wahl gewählt. Dabei kann sich die Zahl der Gemeinderäte durch Überhangmandate verändern. Die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 führte zu folgendem amtlichen Endergebnis. Der Gemeinderat besteht aus den gewählten ehrenamtlichen Gemeinderäten und dem Bürgermeister als Vorsitzendem. Der Bürgermeister ist im Gemeinderat stimmberechtigt. Bürgermeister ist seit dem 3. Januar 2012 Alexander Guhl. Die Blasonierung des Wappens lautet, Bad Säckingen unterhält seit 1973 Städtepartnerschaften zum südfranzösischen Sennerie-SUMR und zu Purkasdorf in Niederösterreich. 1983 wurden außerdem städtepartnerschaftliche Beziehungen zum japanischen Nagai sowie Santeramo in Kolle in Italien aufgenommen. Die seit 1988 bestehende Partnerschaft mit dem schweizerischen Nefels ging am 1. Januar 2011 im Rahmen der Glaner Gemeindereform auf die neue Einheitsgemeinde Glarus Nord über. Kultur und Sehenswürdigkeiten Der Trompeter von Säckingen Für eine breitere Öffentlichkeit zum Begriff wurde Säckingen durch das 1854 erschienene Erstlingswerk Der Trompeter von Säckingen von Josef Victor von Scheffel. Nachdem sich das Werk anfangs nur schleppend verkaufte, stieg der Verkauf nach 1870 sprunghaft an. Zeitweise war es eines der meistgelesenen Bücher Deutschlands und 1921 erschien bereits die 322 Auflage. Als Inspiration für dieses epische Gedicht diente Scheffel eine reale Begebenheit aus dem 17. Jahrhundert, nämlich die Liebesbeziehung des bürgerlichen Franz-Werner Kirchhofer zu der Adligen Maria Ursula von Schönau, Während jedoch bei Scheffel das Paar zuerst nicht heiraten durfte, der Trompeter daraufhin nach Rom auswanderte und erst seine Adelung durch den Papst die Heirat doch noch ermöglichte, setzte sich das echte Paar über den Widerstand der Familie von Schönau hinweg, heiratete gegen deren Willen und führte anschließend ein angesehenes Leben in Säckingen. Es hatte fünf Kinder und der Mann wurde ein erfolgreicher Handelskaufmann, Ratsherr und Schulmeister. Zudem leitete er den Knabenchor des Sankt Frido Linz Münsters und war daher zweifellos musikalisch, Trompeter war er jedoch nicht. Die Grabplatte des Paars befindet sich heute in einer Nische an der Außenseite des Münsterchors. Basierend auf Scheffels Buch komponierte Viktor Ernst Nessler eine gleichnamige Oper, die 1884 in Leipzig uraufgeführt wurde. Das Libretto verfasste Rudolf Bunge. Aus der Oper ist heute vor allem noch die Arie »Bahüt dich Gott, es wähle er so schön gewesen« bekannt. 1918 wurde der Trompeter von Säckingen auch verfilmt. Regisseur war Franz Potten. Produziert wurde der Film von der Berliner Eikofilm GmbH. Die Dreharbeiten fanden vom 28. Mai bis am 6. Juni 1918 in Säckingen statt. Fast 200 Säckinger wirkten als Statisten mit. Er wurde in Säckingen am 21. Dezember 1918 im Saal der Schützenlichtspiele gezeigt. Heute ist er verschollen. Es existieren lediglich noch Fotografien mit Szenenbildern. Bauwerke Brennett Areal Die Brennett AG stellt bunt gewebte Bekleidungsstoffe her und existiert seit Ende des 19. Jahrhunderts. Im Zuge der Textilkrise wurde der Bad Säckinger Standort in den 1970er Jahren aufgegeben. Das Industriedenkmal, ein Areal mit einer Größe von 50.000 Quadratmetern, ist heute zum größten Teil eine Industriebrache. Geplant ist, das Gebäude in einen Gewerbepark umzuwandeln. Inzwischen wurden die Fabrikgebäude einschließlich einer denkmalgeschützten Villa abgerissen. Das spätgotische Abteigebäude wurde 1565 zu 1575 im Auftrag der Fürstebtistinnen erbaut. 1806, als das Stift aufgelöst wurde, kam dort das großherzogliche Bezirksamt hinein. 1936 zu 1972 war dort das Landratsamt Säckingen untergebracht. Seit 1974 befindet sich dort das Straßenbauamt. Der Heilweilerhof, auch Scheffelhaus genannt, war das Gebäude der Deutschordensritter und 1600. Josef Viktor von Scheffel wohnte dort von 1850 bis 1851. Das Rokoko-Haus ist auf das Jahr 1762 datiert und enthält Stuckaturen und ein Marienbildnis. Heute sind noch Bestandteile des ältesten Ziehbrunnens der Stadt vorhanden. Auf der heute nicht mehr bestehenden Rheininsel gab es kein Quellwasser. Für die Trinkwasserversorgung war das Stift und nach dessen Auflösung die Stadt verantwortlich. Ab dem 16. Jahrhundert führten Wasserleitungen mit Quellwasser über die beiden Brücken, Holzbrücke, Friedolinsbrücke, Friedolinsmünster, Schloss Schönau, Diebsturm, Teehäuschen, Aufriedhof, Gallusdurm, Sankt, Galluskapelle. Der Brunnenkater Hildi Geigai wurde 1978 von Alfred Sachs erstellt. Er enthält eine Darstellung der epischen Charakterkatze in Josef Viktor von Scheffels Trompeter von Sicklingen, wie er Berberich heute als Kulturhaus verwendet. Attraktionen oberhalb des Stadtzentrums liegt ein auf 5 Hektar Wasserfläche aufgestauter Bergsee. In unmittelbarer Nähe des Sees befindet sich ein kostenlos zugängliches Wildgehege. Direkt gegenüber dem unteren Eingang des Wildgeheges beginnt ein Barfußpfad mit einem Wassertretbecken. Im Park des Schlosses Schönau finden im Sommer regelmäßig Aufführungen der Oper statt. Im April 2013 findet zum ersten Mal im alten Gefängnis das Horror-Event Prison of Terror statt. Bad Säckingen ist seit 1985 Heimat eines Trompetenmuseums. Wirtschaft und Infrastruktur Energiegewinnung in Bad Säckingen wird intensiv Wasserkraft genutzt. Das Kavernenkraftwerk Bad Säckingen ist ein Pumpspeicherkraftwerk, das in einer Kaverne mit einem Speicherbecken in Eck errichtet wurde. Das Rheinkraftwerk Säckingen liegt wenige hundert Meter östlich der Altstadt. Mit dem Bau wurde im Jahr 1961 begonnen. Die Inbetriebnahme erfolgte im Jahr 1966. Es gehört den deutschen und schweizerischen Unternehmen. Bad Säckingen verfügt über ein Amtsgericht, das zum Landgerichtsbezirk Walzhuttingen und Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe gehört. Die Stadt hat auch ein Kinder- und Jugendhaus. In Bad Säckingen gibt es zahlreiche Bildungseinrichtungen. Grundschulen Anton-Leo-Schule Weyermatten-Schule Grundschule Obersäckingen Grundschule Weibach Josef-Anton-Siekinger-Grundschule Rudolf-Graber-Förderschule Haupt- und Werk-Realschule Hans-Thoma-Schule Werner-Kirchhofer-Realschule Schäffel-Gymnasium Gewerbeschule Hauswirtschaftliche Schule Kaufmännische Schule Rudolf-Eberle-Schule Kaufmännische Berufsbildungsstätte des DHV Volkshochschule Söhne und Töchter der Stadt Wie Brendis Rosenblatt war nacheinander die Frau der drei bedeutenden Reformatorin Ökolampert Kapito und Busser Johann Jakob Beurer, Professor und Dekan an der Universität Freiburg Jakob Keller, Theologe und Schriftsteller Karl Agricola, Maler und Kupferstecher Friedolin Spenner, Professor der Botanik und Direktor des Botanischen Gartens in Freiburg Ludwig Wollmark-Jorymaler Emil Gersbach, Heimatforscher Rudolf Graber, Schweizer Schriftsteller Josef Wassmer, Politiker, Landtags- und Reichstagsgeordneter Oskar Hüssi, Politiker, Oberbürgermeister von Karlsruhe Hans-Jürr Köschker, Forstmann und Aktivist in der katholischen Jugendbewegung während der NS-Zeit Friedolin Jähle, Historiker und Heimatforscher, Bürgermeister Elisabeth Schwander, Gründerin des Deutschen Dorfhelferinnenwerks Egon Gersbach, Prähistorischer Archäologe und langjähriger Ausgräber der Heuneburg Norbert Nothelfer, Landrat und Politiker Meinhard Adé, Verwaltungsjurist Elisabeth Krebschmidt, Professorin an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen Thomas Körner, Comiczeichner Axel Neumann, Schauspieler Baki Davrak, Schauspieler Thorsten Frei, CDU-Politiker, Oberbürgermeister von Donau-Eschingen Matthias Huber, J.Tujo zu Weltmeister und Worldgames-Sieger Stephanie Böhler, Skilangläuferin Menzel Mutzke, Jazzmusiker Persönlichkeiten Sickingens Mariana Franziska von Hornstein, Letzte für Steppdissen des Damenstifts Säckingen Josef Viktor von Scheffel, Schriftsteller und Dichter, Verfasser des Trompeter von Säckingen Ursula von Mangold, Schriftstellerin, Übersetzerin und Verlegerin Nichte Walter Rathenaus und Tochter Edith und Fritz Andreas Rudolf Eberle, Volkswirt und Politiker, ehemaliger Wirtschaftsminister des Landes Baden-Württemberg Wolfgang Bürger, Krimiautor Hennady Forobio V, Sportpädagoge und Kanu-Sportler, lebt seit 2011 in Obersäckingen Hennady Forobio V, Sportpädagoge und Kanu-Sportler